Wie Instagram Story Reposten Das Reposten einer Story auf Instagram bedeutet, dass dich jemand in der Story markiert oder erwähnt und du die Story auf deinem Konto reposten möchtest. Das Reposten einer Story ist nicht dasselbe wie das Reposten eines Instagram-Posts und hat separate Schritte. Geben Sie dazu die Instagram-Anwendung ein. Klicken Sie nun auf die Story, in der sie markiert oder erwähnt wurden. In diesem Abschnitt können Sie sehen, dass diese Person mein Konto erwähnt hat. Sie können diese Option am Ende dieser Geschichte sehen. Klicken Sie darauf und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, um diese Geschichte erneut zu veröffentlichen, und klicken Sie dann unten auf der Seite auf diese Option. Klicken Sie auf die blaue Option. Klicken Sie erneut auf die blaue Option. Auf diese Weise wird dieselbe Geschichte erneut veröffentlicht oder in Ihrem Konto erneut veröffentlicht. Vielleicht möchten einige Benutzer ihre Beziehung zu der Person, die ihn erwähnt oder markiert hat, dadurch verbessern und seine Geschichte erneut veröffentlichen. Bitte liken und Kanal abonnieren. Dann 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 Vielen Dank.